Was geht, Leute? Und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Ich habe mich mal wieder sportlich angezogen, denn für mich geht es jetzt gleich mit Dima wieder zum See. Wir bauen nämlich wieder die Airtrack auf und da machen wir eine sehr, 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 sehr coole Challenge. Ich würde sagen, let's go. Leute, wir sind wieder da. Die Airtrack ist am Start. Dima ist am Start. Endlich mal wieder. Hau doch nicht so fest dazu. Was ist das, Ben? Was hast du hier an? Das ist meine neue Gewichtsweste. Warum hast du hier eine Gewichtsweste? Weil ich sportlich werden will, ja? Ich glaube, das wird nichts. Dieser Tag wird heute sehr, 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 sehr sportlich sein, denn ich habe noch eine Challenge vorbereitet. Nein. Du weißt ja noch nichts von, ne? Ich habe noch keine Ahnung. Ich weiß ja selber nicht, was ich heute drehe. Aber ich habe etwas Cooles vorbereitet. Ey, das ist keine Weste, die man schlagen kann. Okay, start. Du bist immer die beste Hilfe. Ich nehme dich immer nur mit, weil du so gut helfen kannst. Ja, ich laufe einfach nur und helfe super mit. Hier sind wir wieder. Ich werde Dima so verrückt. Jetzt will er auch noch mit dieser Weste touren, Alter. Diese Weste wiegt fucking 10 Kilo. Ist er krank? Das wird schief gehen. Junge. Ich bin so out of control. Alter. Dima wird sich heute noch umbringen. Los, zweiter Versuch. Okay. Let's go. Let's go. Oh nein, er will sich umbringen, er will sich umbringen. Ja, du hast es aber geschafft. Er hat es geschafft. Du hast es geschafft. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Das Wetter. Hä? Nein. Es stand heute, dass es nicht regnet. Nein. Aber was sieht irgendwie dann halt aus? Niemals der iPhone-Wetter-App. Alter, die ist so geschrecklich. Niemals. Die ist ganz schrecklich. Die Sonne verschwindet ganz langsam. Oh nein, es wird ganz zu regnen. Ich bekomme Regentropfen ab. Los. Nein. Haben wir alles umsonst gemacht? Nein, haben wir nicht. Jetzt möchte mich Dima wirklich umbringen. Er will mit dieser Gewichtsweste oder so. Die aber auch voll schwer ist. Ich will einen Frontflip über mich machen. Okay, bist du bereit? Ja. Sicher? Nein. Ich auch nicht. Ich bin bereit. Los. Action. Oh nein. Junge, wie verletzt das? Leute, wenn ihr sehen wollt, wie ich mit dieser Gewichtsweste tue, dann schaut bei Dima vorbei. Yes, das war ultra witzig. Das war mega witzig. Ultra witzig. Okay, Leute, wir sind jetzt hier auf der Airtrack. Du weißt immer noch nicht, was für alle Challenge machen, oder? Nein, keine Ahnung. Du sagst immer Challenge, Challenge. Ich weiß es aber. Wir machen heute die Bad vs. Good. Ne, warte nochmal. Bad vs. Good. Was ist? Oder versus? Versus. Nein. Wir machen heute die Bad vs. Good Lake Challenge. Genau die. Ja, oder? Ja, das war schon richtig. Versus. Aber weißt du, was das ist? Nein. Hä? Good vs. Bad. Ja, also gut gegen schlecht. Schlechte Seite. Ach so. Oh, was dachtest du denn? Was dachtest du denn? Ich hab gar nicht verstanden, warum es geht. Good vs. Bad. Wir tun einmal mit unserer richtig guten Seite und einmal mit unserer richtig schlechten Seite. Also links und rechts. Ja. Das ist gefährlich. Ich fang an. Wir fang an mit einem Rad. Sollen wir das nicht vielleicht kurz entsanden? Nein. Okay. Okay. Ein Rad. Also bei einer guten Seite. Oh nein. Los. Und? Los. Ja. War gut? Ja, war voll gut. Du bist dran. Rad. Ratschlag, ja? Okay. Die gute. Ist das die gute Seite, ne? Ja. Okay. Gute Seite. Meine nächste schlechte. Das geht gar nicht. Wer hat sich sowas ausgedacht? Ich. Oha. Ey. Die Seite war sogar besser. Ey. Das ist jetzt so hart. Okay. Das nächste Element. Bogengang. Okay. Also das war eine gute Seite. So. Und jetzt kommt meine schlechte. Oh nein. Oh no. Die schlechte Seite. Oh no. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber das tat echt weh gerade. Das war dritte. Wenn du es ein bisschen schneller machst, dann sieht es richtig gut aus. Aber ich probiere mal nochmal. Go. Oh. Das große Problem ist darin, dass ich das nicht kann. Ich habe keine gute Seite. Du musst es aber jetzt schaffen. Ach so. Aber erst eine gute Seite. Gibt es auch keine gute Seite? Nein. Ja. Ja. Was? Das ist deine gute Seite? Ja. Was ist das denn? Lach mich nicht auf. Los. Aufstehen. Okay. Jetzt die noch schlechtere. Ja. Was ist das? Das ist beide schlecht. Nichts kann man so schlecht sein. Ich würde sagen, jetzt kommt freies Rad. Also Ariel. Freies Rad. Da habe ich selber richtig Angst vor. Oha. Okay. Die gute Seite. Die gute Seite. Was soll ich denn jetzt die schlechte machen? Okay. Ja. Oh nein. Stopp. Ich kann das nicht. Scheiße. Du bist dran. Ich gebe dir recht. Du kannst es nicht. Die gute Seite. Ja. War okay. War gut. Ah. Warte. Ich muss eben gucken, was ist denn die schlechte. Oh. Das fühlt sich schon richtig eklig an. Das ist eklig. Okay. Und. Das ist eklig. Das ist eklig. Das ist eklig. Das ist eklig. Das hat sich nicht gut angefühlt. Das war auch gar nicht so schön. Aber nein. Mach nochmal. Los. Los. Nein. Ich mache das nicht. Ich kann das überhaupt nicht. Ich kann keine Flickflacks. Okay. Los. Ich bin nicht für Flickflacks geworden. Ja. 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 Hey. Ich schwöre, ich habe das noch nie geschafft. Jetzt die schlechte Seite. Augen zu und durch. Ja. Was? Ah. Boah, habe ich mich erschrocken. Jürgen, das war so rückwärts alte Flickflacks. Aber du hast es wenigstens geschafft. Also dafür, dass ich keine Flickflacks kann, war das echt okay. Du hast es wenigstens geschafft. Ich nicht. Jetzt machen wir einen rückwärts Bogengang. Also ist eigentlich auch ganz easy. Ich hoffe, ich schaffe das. Die gute Seite. Boah. So. Jetzt kommt die schlechte Seite. Oh. Das war so schrecklich. Man hat leicht gesehen, dass es die schlechte Seite war. Jetzt bist du dran. Oh nein. Ey, das ist... Ich kann daraus nur einen Flickflack machen, wenn überhaupt. Dann kommt jetzt direkt deine schlechte Seite. Und springt. Ja. Ja, ja. Und runter. Und runter. Ja. Du hast was geschafft. Du hast was geschafft. Ja. Ich versuche dich zu motivieren. Und was wirst du? Ich kann doch nichts für. Ach komm. Das war's mit dir. Oh Mann. Als nächstes kommt der freie Bogengang. Eine gute Seite. Boah. Aber jetzt kommt die schlechte Seite. Jetzt will ich mal sehen, wie du dich ablegst. Nein, noch mal. Stopp. Nein. Oh nein, noch mal. Nein, ich bin nicht mehr. Ich geb auf. Da ist wieder egal, ob schlechte, gute Seite. Ich habe nur eine und ich werde mich umbringen. Ich dachte ganz kurz, du schaffst das. Aber dann bin ich nicht mehr. Nein, 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 wir können direkt sitzen bleiben. Direkt sitzen bleiben. Direkt sitzen bleiben. Dann machst du jetzt einmal rechts Spagat. Wie rechts Spagat? Also mein Bein ist so das linke. Das ist das Gute bei mir. Und so machst du jetzt auch Spagat. Nein. Nein. Geht's nicht? Ja, dein gutes Bein. Das ist gut. Ja. Boah, das zieht. Jetzt kommt das schlechte Bein. Bei mir ist es, glaube ich, auch nicht so ganz gut. Ah, aber es tut weh. Ah, das zieht. Ich habe auch das allererste Mal Schmerzen. Aua. Aua. Ich muss hoch. Ich muss hoch. Oh. Mach das zu Hause nach. Aber besser. Tschüss. Ich muss hoch.